Gestochen scharf und doch nur flach. So sind Fotos seit Opas Zeiten. Nun können Sie Ihre Bilder aber plastisch aufnehmen. Für echte 3D-Bilder benötigen Sie keine Spezialkamera. Ihre herkömmliche Digitalkamera reicht völlig aus. Alles, was Sie brauchen, ist dieser innovative Fotoschlitten. Den befestigen Sie mit dem Standardgewinde an einem Stativ. Befestigen Sie die Kamera einfach auf dem Fotoschlitten. Für festen Halt sorgen die gummierte Oberfläche und die robusten Schrauben. Das ist schon die halbe Miete. Jetzt brauchen Sie noch ein zweites Bild aus leicht veränderter Perspektive. Beide Fotos können Sie jetzt am PC zu einem 3D-Bild zusammensetzen. Wenn Sie zwei Kameras besitzen, können Sie bewegte Motive in 3D aufnehmen, zum Beispiel Sportler. Sprengen Sie die Grenzen herkömmlicher Fotografie und machen Sie Ihre eigenen 3D-Bilder. Legen Sie los und bestellen Sie nun Ihren stereokopischen Fotoschlitten.